So, ich habe nachgesehen, es war rot, blau, gelb. Also, blau, gelb, rot. Ich weiß nur nicht mehr, äh, wie... Muss ich schauen, wie hoch. Blau, gelb, rot. Okay, das ist das Tanzmuster. Reicht so, mein Mädchen. Schön, die Pause ist vorbei. Ach, komm schon. Ich meine, das hätte ich mir gemerkt, wenn ich mir das verschwunden gewesen habe. Das habe ich einfach weggeklickt gehabt. Gut, dass ich das noch in der Aufnahme hatte, ey. Sonst wäre ich da ganz schön aufgeschmissen gewesen. Bringt das Tanzmuster was? Faszinierend. Der nächste logische Schritt, aha. Hm. Ist trotzdem mal gut zu wissen. Toll, sie mögen meinen kleinen Hexonauten wirklich. Ich sehe da nichts, was ich gerne essen würde. Ich kann in der Zeit halt auch leider nichts machen. Ist ja der Scheiß. Sonst wäre ich da schon ein bisschen weiter. Aber naja. Aber ich kann ja mal die Muster aufschreiben. Das ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht, damit ich die halt weiß. Tanz war. Rot. Blau. Gelb. So. Das war das Tanzmuster. Das weiß ich dann auch. Das ist das Tanzmuster. Mal kurz schauen, was hat der für ein Muster. Das ist das Winkmuster oder so. Der hat dann, wenn wir hier einen haben, da einen haben. Hier rüber. Das ist rot. Dann kommt hier nochmal einer gegenüber. Hier. Da. Und hier. Drei. Sechs. Drei. Sechs. Drei. Sechs. Okay. War das rot. Dann kommt von hier nach da. Gelb. Und dann nochmal hier blau. So, die zwei Muster weiß ich. Dann gab es nochmal irgendwie das Auflade-Dinger. Das ist ihr Taschenlampe-Schwenken-Sicherheitsmuster. Aber das weiß man jetzt auch nicht so genau. Aber das brauche ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr. Sie sollten nicht verbunden werden. Mal schauen, wenn ich jetzt mal nochmal gucke. Ja, so ist es besser. Und nun hängen wir es an diesen. Ah, verdammt. Falschraum. Und nun verdrahten wir diesen Anschluss. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Ja, schwing das Tanzbein-Mädchen. Ah, das geht dann auch hier. Okay. Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Wenn ich nur wüsste, wie man sowas repariert. Ich kenne jemanden, der das weiß. Ah, da bräuchte ich nur ein Reparaturmuster. Wobei. Ich würde das alte nehmen. Nehmen wir dieses hier mal weg? Blau war so. Rot war es. Halt mal. Gut, ich glaube, das ist der richtige Anschluss. Ich mache das mal woanders ran. Warte mal. Alle von unten. Und hier, wenn ich hier einen Pfeil mache, dann ist es von hier aus. Von da aus. Und von hier aus. Okay. Das muss er auch noch wissen, woher die Ansatzpunkte sind. Und hier, wenn ich hier einen Pfeil mache, dann kann ich mit dem was reparieren. Ich komme gleich runter und ziehe dir den Sticker raus. Du kannst mich wie einen Strickpulli auflösen. Tut mir leid. Zur Zeit brauche ich keinem. Der Navigationsschal wurde ausgegeben. Die sind weiterhin am Streiten. Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Kannst du die Tür öffnen? Nope. Hm. Wenn die alle geschlossen sind, habe ich nur Zugang von hier aus. Geht's von hier? Ich brauche eine Position mit freierer Schussball. Okay, von hier geht es auch nicht. Da unten war ja auch nicht so arg viel. Wollte ich nur mit dem reden. Toll. Sie mögen meinen kleinen Hexonauten wirklich. Aber ich glaube, ich kann nicht schneller sein als die. Nee, das geht auch irgendwie nicht. Die dann darf ich nicht mitbewegen. Hey, Papa. Brauchst du Hilfe? Nun, äh, ja. Wenn du dieses Schiff außerhalb... Also, ist da mal dann noch oben irgendwie was, was ich noch machen kann? Hallo? Das ist eine Roboterladestation. Zumindest habe ich sie dafür benutzt. Hey, Alex. Nicht jetzt, Shay. Ich muss... Ich sehe, du hast einen Stock wieder. Sehr gut. Ein lila Vogel hat ihn zurückgebracht. Leer. Oh ja, tut mir leid. Ich wurde von ein paar Droiden angesprungen und... Du hast ja recht. Keine Ausreden. Yey. Hallo? Kannst du mich hören? Dieses Gerät sieht nicht so aus, als könne es noch viel Hitze vertragen. Oh prima. Es ist so toll, endlich mal mit jemandem zu sprechen. Hier geht's auch nicht. Hm. Ah. Sieht aus wie das Steuerpult des alten Schiffs. Da ist ein altes, zerfallenes Logbuch. Ach, das ist das Harfespielmuster. Okay. Warte mal. Das hat so... Dann hier Dreieck. Also das offene Dreieck. Dann nochmal offenes Dreieck. Falle nach oben, falle nach unten. Dann falle nach unten. All das ist... Ja, das ist das offenes. Das da ist ein aufgefülltes. Das ist auch ein aufgefülltes mit Farbe. Und dann das hier nach oben. Und das hier nach unten. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das Schiff selbst und... Dass das... Ja. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Schiff selbst uns anlügt. Morgen werden wir versuchen, auf einem der feindseligen Planeten zu landen. Der, soweit wir wissen, vielleicht gar nicht... Weiter kann man nicht lesen. Okay. Existiert. Und dann geht das lustige Spielchen wieder los. Okay. Also, los geht's. Probieren wir mal dieses Schema. Ich glaube, jetzt hat er irgendwie seinen eigenen Verbindungspunkt. Also, sein eigenes Symbol quasi. Nope. Mal schauen. Das ist halt immer so eine Geschichte mit rumprobieren und gucken. Nächstens hat er jetzt mehr Kabel. Äh... Nein. Ich brauche den ausgefüllten... Äh... Mitnehmen, bitte. Hallo? Mann. Augen zu und durch. Auch nicht. Oh. Hallo. Hier ist die Maloruna. Wir sind direkt vor dem Tor. Mit wem spreche ich? Einen Versuch ist es wert. Mal gucken. Äh... Nein. Entschuldigung, was? Nein, ich bin auf dem Schiff. Wenigstens hat er jetzt mehr Kabel. Ja, das ist das Richtige. Nein, jemand schießt auf mich. Ich muss nur allerdings so rum verbinden. Ich kenne sie nicht, also weiß ich auch nicht, warum sie auf mich schießen. Ich weiß nicht, ob meine Verkabelung geholfen hat. Ja, das stimmt schon mal. Das ist schon mal das Richtige. Nein, ich bin kein Grundein, warum sie auf uns schießen können. Mal wieder Notizen zumachen. Das war... Harfe. Nun, hätte ich ihre Nummer, dann würde ich sie einfach anrufen. Ha, ha, hallo. Na toll, jetzt bin ich wieder in der Warteschleife. Okay, dann ist das schon mal von... Hallo? Oh, spricht er der Vorgesetzte? Hier nach da. In blau. Von hier aus. Halt, es wird noch das Zweite. Augen zu und durch. Von dem hier aus. Hier. Gut, jetzt ist er verkabelt. Mal schauen. Ich habe aber keine Ahnung, ob er richtig verkabelt ist. Äh, nein. Nein, das geht sie nichts an. Hören Sie. Probieren wir mal dieses Schema. Den hier. Ja. Und dann noch einen aufgefüllten. Sie unterbrechen die Musik, um daran zu erinnern, dass man noch in der Warteschleife... Und mehr Kabel habe ich... Schauen wir mal. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist das Hafen-Spielen-Muster. Hm. Jo, das ist das Hafen-Muster. Schauen wir mal. Hallo. Hören Sie zu. Können Sie denen, die auf uns schießen, sagen, dass ich damit aufhören? Das ist dann ein Dreieck. Und aus. Gehen von. Komm, jetzt muss ich mal kurz schauen. Hören Sie zu. Ich war zwar 300 Jahre weg, aber ich habe bestimmt noch Familien-Nurona, die für mich bürgen. Gelb und rot. Nein, ich habe keine Zollfunklach ausgefüllt. Wo hätte ich die denn bitte herbekommen sollen? Es geht auch in die Richtung, okay. So rum. Und so rum. Und der redet weiter mit irgendwelchen Leuten aus Luruna. Hafen-Spielen-Muster. Gut, dann gehen wir da hin. Und spielt einmal Hafen. Zumindest sieht es gut aus. Er ist eigentlich richtig gut. Ich glaube, jetzt sind die abgelenkt und ich kann dann hier rüber gehen. Ja. Habe ich richtig gedacht. Damit können wir dann den Hebel ziehen. Was? Oh, es ist gar kein Hebel. Hey, dieser Schalter ist ja nur ein Trommelschlegel. Ich hoffe, der Motor ist nicht eine alte Tuba. Okay, dann ist es wohl. Wenigstens habe ich jetzt eine Waffe. Der Trommelschlegel. Da bringt mir schon mal ein bisschen was. Das Hafen-Spielen-Muster bringt mir eh nichts gerade da. Und schlagen da mal ordentlich mal drauf. Wunderschönes Gespiele. Hey, das Ding ist trotzdem ziemlich laut. Kann ich den da wieder reinsetzen? Ich säubere die Instrumente, nachdem ich sie benutzt habe. Hey, das Ding ist... Kann ich den wieder mitnehmen? Ja, das reicht jetzt mit der Hafenmusik. Okay. Und dann versuchen wir es mal. So. Hey, das Ding ist trotzdem ziemlich laut. Warum kann ich dann da drauf schlagen? Kann ich auf die einprügeln? Ich glaube nicht, dass sie sich für etwas anderes interessieren jetzt, wo sie ihren Meister getroffen haben. Ich hätte nochmal so eine Idee. Vielleicht kann ich ja dieses gelbe Viereck da drüber einschlagen. Nochmal auf Hafen spielen lassen. Er ist eigentlich richtig gut. Natürlich ist er richtig gut. Das ist ein Computer, was erwartest du? Er kann alles. Dann gehen wir mal da hin. Geht das? Nope. Können wir ja weitergehen? Jo, können wir. Ach, da ist noch ein Hammer. So, jetzt ist die Energie wieder an, glaube ich. Ach, das ist jetzt der Schalter. Ich verstehe. Oder so. Das wird nicht gehen. Es ist nur ein Schalter. Ich glaube, ich kann ihn mit meinen Händen bedienen. Ja, glaube ich auch. Hat man ja gesehen. Ah, wir haben wieder Energie. Jawohl. Perfekt. Lassen wir den mal den Gary da unten spielen. Und klauen wir mal. Hallo? Guck mal, kann man jetzt mit Vela ein bisschen schmelzen? Los, Vela. Nein, 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 nein. Ganz falsche Rüstung. Ganz falsche Richtung. In die Richtung, bitte. Rein da, bitte. Danke. Und dann drücken wir jetzt mal den Hebel. Mal schauen, ob es jetzt so funktioniert. Was? Nicht schon wieder. Vela, Vela, wann wirst du dich endlich mal beherrschen können? Wie stellt man das Ding wieder ein? Ach, komm schon. Wir waren so kurz vor einer Schmelze. Sei nicht so ein Angsthase, Alex. Okay. Er hat es nochmal ausgemacht. Dankeschön. Danke für gar nichts. Danke, Alex, du Mistkerl. Jetzt kann ich den Hebel wahrscheinlich wieder anmachen. Oder er hat ihn abmontiert. Dann habe ich Pech gehabt. Ein. Du musst das jetzt auch wieder mehrmals machen. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann verhindern, dass er da nicht hingeht. Indem ich die Minizier wieder aufstelle. Ja, das reicht jetzt mit der Hafenmusik. Und schauen wir mal. Wenn die nicht mehr abgelenkt sind, ist da auch wieder versperrt. Jawohl. Mal schauen. Vielleicht bringt es ja was. Zumindest die paar Sekunden, damit es reicht, um ein schönes Donnerwetter auszulösen. Oder hat es auf ihn gar keinen Einfluss? Wie stellt man das Ding wieder ein? Hat es natürlich nicht. Ach, komm schon. Da muss ich wohl hier noch einiges machen. Aber ich würde sagen, ich beende erstmal die Aufnahmen. Und dann bei einem anderen Tag mal wieder weiter. Wenn es ja da ist. Let's play Broken Age. Bis dann. Ciao.